Das Jahr hat jetzt genau noch drei Monate. Und es war wirklich ein verrücktes Jahr 2020. Corona-Krise, Lockdown, wir wurden alle aus unserer Komfortzone gerissen und waren dazu gezwungen, uns mehr mit uns selber auseinanderzusetzen, mehr zu schauen, was ist uns wirklich wichtig, wie viel brauchen wir vielleicht wirklich oder vielleicht hast du auch gar nicht über diese Dinge nachgedacht und hast dich einfach nur geärgert darüber, wie die Situation gerade ist und dass du nicht mehr deinen Alltag normal leben kannst wie vorher. Die meisten Leute setzen sich Ziele im Januar, die sie dann bis zum Ende des Jahres oder innerhalb des Jahres erreicht haben möchten. Aber wie wäre es, wenn du einen Teil deiner Ziele schon im Januar erreicht hättest und nicht mit dem Gefühl ins neue Jahr startest, du hast jetzt einen Riesenberg Arbeit vor dir, sondern du hast schon etwas geschafft und das neue Jahr ist willkommen und du bist schon ready für das neue Jahr. Also starte direkt mit dem Gefühl ins neue Jahr etwas erreicht zu haben und etwas geschafft zu haben und nicht mit dem Gefühl, du hast jetzt einen Riesenberg Arbeit vor dir. Außerdem, davon mal ganz abgesehen, brauchen wir keinen Jahreswechsel, um etwas zu verändern, sondern die Zeit etwas zu verändern ist immer genau jetzt. Und das ist zwar so eine Floskel, die man immer mal wieder hört, aber sie ist einfach wahr. Da gibt es einfach gar nichts anderes gegen zu sagen. Also lade ich dich heute dazu ein, schreib dir die Dinge auf, die du verändern möchtest. Schreib dir die Dinge auf, die dir nicht gefallen oder die Dinge, die du vielleicht erreichen möchtest, die eine Veränderung in deinem Leben hervorrufen, die dich glücklich macht. Also schreib dir die Dinge auf, die du in 2021 vielleicht gar nicht mehr haben möchtest. Und schreib dir auch die Dinge auf, die du im Jahr 2021 unbedingt haben möchtest. Wenn du das weißt und wenn du das festgelegt hast, dann legst du dir einen Plan zurecht, wie du diese Dinge aus deinem Leben raus schaffst oder wie du diese Dinge in dein Leben holst. Und wir ziehen diesen Plan einfach gemeinsam durch. Ich persönlich werde die letzten drei Monate dieses Jahr richtig Gas geben, richtig durchziehen und nicht nach dem Motto leben, okay, das Jahr hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, wir warten jetzt bis Januar und dann geht es richtig los, sondern wir starten genau jetzt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, viele in der Gesellschaft schlafen gerade so ein bisschen ein und machen nicht weiter und genau das wollen wir nicht tun. Es ist ein neuer Job. Gesündere Ernährung, mehr Sport, abnehmen, deine Beziehung verlassen, die dich unglücklich macht, vielleicht den Partner in deinem Leben anziehen, den du dir wirklich wünschst. Und all diese Dinge können Dinge sein, die du 2021 unbedingt haben wolltest oder Dinge, die du vielleicht auch schon in 2020 haben wolltest, aber nicht erreicht hast und du weißt nicht genau warum. Dann heißt es nicht, dass du aufgeben sollst, sondern dass du einfach einen anderen Plan brauchst. Also du hast es vielleicht probiert oder angefangen, aber nicht durchgezogen. Und jetzt können wir uns noch drei Monate nehmen, um das, was wir versäumt haben im Jahr 2020, aufzuholen. Und ich lade dich dazu ein, direkt jetzt zu starten, nicht zu warten, nicht irgendetwas aufzuschieben, nicht wieder den Gedanken aus dem Kopf zu verlieren, sondern direkt loszulegen. Start also jetzt, 2020, nicht erst 2021, dein Leben zu verändern. Schau dir an, was macht dich unglücklich, was macht dich glücklich, was möchtest du mehr, was möchtest du weniger und lege einfach los. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Dieses Video ist wirklich nur ein kleiner Denkanstoß. Nicht zu warten und nicht dir die guten Vorsätze erst im Januar auszumalen, sondern einfach jetzt schon loszulegen damit und nicht deine Zeit zu verschwenden. Weil auch diese drei Monate jetzt sind Lebenszeit. Und wofür willst du dann warten? Wir alle verstehen nicht ganz, dass unser Leben endlich ist, weil wir das Gefühl haben, wir haben noch unglaublich viel Zeit. Aber die Sanduhr unseres Lebens läuft permanent und wir wissen nicht, wie viel Sand noch in der Sanduhr ist. Denk mal darüber nach und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Veränderung. Schreib mir gerne die Kommentare, wie dein Jahr 2020 bisher war. Würde mich mega interessieren. Mein Jahr war auf jeden Fall ziemlich verrückt. Aber dazu gibt es dann mehr im Jahresrückblick. Abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Mein Name ist Daniel. Auf meinem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.